hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen video und zwar ist es heute eine horror map vom flutzerra und ich werde umschreiben wie ein kleines baby und ja genau anfangen wir gleich machen für die regeln und hinweisen ach du scheiße horrorhaus bei der polizera und das sieht nice aus obala scheiße es war nicht absichtlich ich habe nichts damit zu tun map stellt alles wichtige automatisch ein äh hinweise übrigens web steht alles wichtige automatisch ein es muss mit meinem eigenen resource pack gespielt werden sounds aus der musik auf 100 oder bist ein lusche ach leck mich doch ja klar in diesem raum schon die aufnahme starten habe ich man muss mit der minecraft version 1.7 oder höher spielen ja diese map kann man nur alleine spielen ja bitte bei mir auf youtube melden diese map ist die erste von mehreren teilen juhu herzlich willkommen auf der map horrorhaus diese map kann kann aber muss nicht bleibende schäden verursachen egal der hab ich eh schon bisher hat es noch kein mensch geschafft diese map ohne abbruch zu spielen ja das hat sie doch keine gespielt ich wünsche dir trotzdem viel Spaß und Erfolg mit der bauer mit der ok ok 20 Minuten ja dann mal viel Glück auf die das diebe knallt acht du scheiße leckt mich doch ähm ist da ein knopf ok jauow ja hallo so ok ok juhu hallo hallo ja schön ist es hier schön hast du es hier echt schön hier jo ist da ein knopf hallo knopf knopf sehe nix hilfe mami will nicht scheiße ich bereue es jetzt schon dass ich die Mapper angefangen habe ok 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 ach gottes willen ja aber die tür ist aufgegangen es kommt hier sicher auch irgendwo gleich was oh mein gott ich glaube ich spiele so oh oh da ist eine tür ich finde die drei verstecke juhu jump and run yay ähm müssen wir vielleicht mal wir wollen das weg tun soll ich denn das hä ach das ist gar kein jump and run juhu help me wua oh ah alter hä ach du scheiße wo mami ok leck mich doch nein da ist jetzt nichts neues oder ich will was sehen hallo wo ist noch mal die truppdacke hier warum sehe ich hier so wenig leck mich doch ähm jo ähm das ist wie verarschen hallo hallo ja wie soll man jetzt weitermachen nicht gar nicht oder was äh was soll ich jetzt machen weiß nicht was ich jetzt machen soll tschuldigung aber oh so hä ist das ein bug oder oh jetzt habe ich den falschen Gameboot oder zwei oh entschuldigung aber ok alter ich zerstöre hier grad schon wieder alles äh was ist das für die Tür war hier und der hat nicht überlegt oh das ist natürlich nachgewandt die ah oh ah oh oh gottes wild äh wo ist denn die hier ist das gleich ne da kann ich nicht rein hier kommt er aber wieder raus jo ja die Ladderin ja dankeschön immer schön rechts bleiben ok das hat nicht so ganz funktioniert jo äh ok ein bisschen kuselig hier oh Gott äh achso alter ja geil ich hab verstanden dass ich da nicht hin soll leck mich doch so so hallo hallo ist da jemand hallo hallo na komm hier ist doch sicher irgendwo der Ausgang oh weck mich doch also langsam finde ich es echt nicht mehr witzig ich will hier raus ok 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 oh ne ich darf jetzt nicht wieder zurück oder ich darf jetzt nicht wieder zurücklaufen ach da ist Ausgang angeblich ja dann da kommt jetzt sicher nochmal irgendwas ich mach mich aufs Schimpf so gefasst scheiße vor allem dass man so wenig sieht was war das jetzt bin ich jetzt völlig behindert jetzt kann ich dich mal ein bisschen schneller laufen hier ist da jetzt auch irgendwas aufgegangen oder bin ich ne ich glaub ich muss schon da lang hä hallo da stand doch Ausgaben oh mein Gott ist da auch nichts hä achso lol hä ja hä 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 scheiße ist halt nicht gedrückt hä 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 ach so oooh wo 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 e wo 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 ist hier noch irgendwo, ne, hier ist glaube ich kein versteckt ne, muss ich wohl in die Tür ja, mir auch äh, ist das ne Katze? ja, geil muss ich den jetzt töten? ist hier irgendwas? so, ich muss dahinter ne, da muss ich hätte mich jetzt verlegt, dahinter was ist denn jetzt los? da fällt meine Lava äh äh, das ist auf jeden Fall schon mal ein Bach ich versteh nicht, was ich jetzt machen soll ach geht aber äh, hallo was ist denn los? ein mh, war ich hä? so, wie check ich's grad da war ich auch alter da war ich auch nur ja hä? hä? erwarten wir, hier ist mein Button oh oh da hinten danke ich frag mich, bochen noch so hell ist es da hinten ähm ach so ach so 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 ach, das heißt oh yo äh man kommt auch nicht wieder raus, ja äh, geil äh, geil okay okay ich hab mich so gefreut, dass der Bleibnose-Effekt weg ist dadurch wird das viel ach, du scheiße, wie lang sie dann bin ich denn? hallo eine Focke man sieht einfach keine drei Pläne ah rück mich doch oh, ein schöner Totenschädel soll es wahrscheinlich sein, ja was haben wir hier denn? oh, juhu ah wird ja immer besser oh äh jo was ist war ein bisschen fail ich bin nach vorne wollt ihr mich eigentlich völlig verarschen was ist denn jetzt hier los? also das war es anscheinend äh mach ich hier grad irgendwas falsch oder bin ich hä? ja, geil hallo wo ist jetzt mein Spawnpoint? da draußen hä? soll nicht mein Spawn ach du scheiße wie soll ich da jetzt wieder rein? ich habe alles, dass ich irgendwas kaputt mache hä? rücken sie sich einfach mal durch die Map Entschuldigung, wenn ich hier jetzt was kaputt machen muss, aber ich muss hier irgendwie wieder rein eins äh ne zwei ich bin einfach gestorben ich glaube das sollte nicht so sein alter wie schnell verliert man den Hunger? scheiße ja ja leck mich doch jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal gehen ju ich würde sagen äh das weiß ich ja jetzt schon, dass da irgendwie was kommt was? kann da was? wo ich und meine Merkfähigkeit hier mach mal wieder so siehts noch gruseliger aus ha 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 da kam noch was ich wusste es jo sch jetzt aber sie sells oh jung wo geleg dein armer bloß das ist schon Consult, Abbau peur da bin ich übrigens gerade gestorben ich glaube nicht dass da bei der Lara was ist ist hier noch irgendwo was hallo ist da sicher irgendwo was ne irgendwie nicht ok muss ich wohl da hinten runter ach du scheiße hä lol ach du scheiße na geil jetzt gibt es auch noch zwei Wege hallo jo hallo oh ok ok ich hätte mich viel hallo muss ich wohl in die richtung ja alles klar wo ich dachte jetzt geht es wieder in zwei richtungen oh oh alter ähm hä komm ich bin jetzt äh ich glaube ich werde jetzt vergrätscht Stärkstück 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 Loll Ach du Scheiße Musik Hörnir Diese ganzen Geräusche Die machen einen verrückt Äh Jo Ich will wieder runter Ah 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 Oh ne Ach du Scheiße ich dachte schon da geht's jetzt einfach Ich muss jetzt runterspringen Komm es kommt was dir hier gleich Dass ich einfach bloß runterfall Ah Alter Aber im Moment da schreck ich mich irgendwie nicht mehr so Ach Hier am Anfang Was Will die You will die Ja dankeschön Das motiviert wirklich so Ah 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 Was ist schon Ah Ah Wieder hoch Das war's doch sicher noch nicht oder Was Du wirst doch einmal zum Horst zu peed Viel Spaß noch Schreib alles auf Youtube Ne Ich bin nicht vor Angst gestorben Und meine Hose ist auch nicht nass Also soweit alles ok Ja was soll ich jetzt damit machen Gibt's da jetzt Hä Soll ich die jetzt mit TNT in die Luft bringen oder was Oder dann eben Alter was da alles verändert hat T Äh T Achso Wart mal besteht das Wart mal besteht das Quall Ui Gut dann würde ich sagen Ich spule schnell vor wie ich jetzt alles mit TNT Leck mich doch im Arsch Vollplente Und dann Sehen wir uns wieder wenn alles in die Luft fliegt Bis gleich Bis zum nächsten Mal 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 kann man nicht mehr raus und ein zweites mal war das problem dass ich hier oben irgendwo rumgespawnt bin und ja wird sagen wir zu die map jetzt machen also das eigentlich weiß ich von der map halt jo das hat super funktioniert auch jo weck mich doch das wollte ich gar nicht zeigen vor schnell das war so klar das kann ich angeben sauer Milch meine Fresse eigentlich wollte ich gerade alles in die Luft sprengen aber das hat nicht so ganz funktioniert wo haben wir denn den flinten stil da haben wir flinten stil da muss ich das hier nochmal zünden so und los geht wo ging es denn hier nochmal weiter das ist schon wieder nicht bezündet ok na dann los mal hier ich hoffe das war was du beabschiedst mit diesem angebot ähm wie gesagt meine Meinung zum map habe ich ja gesagt oh Gott war der schlecht ok ähm ja und dann würde ich sagen dann würde ich mich weiter beziehen vielleicht nicht nur noch ein paar Bugs aus räumen dann dürfte aber alles alter was wir müssen da muss alles gehen und ähm ja dann hoffe ich natürlich es hat euch gefallen und ich mach komische Geräusche und setze Feuer obwohl es keinen Sinn macht bloß weil mit mich umkommen kann oder so was weiß ich also ich grill mich dann nochmal und ich hoffe ich schmecke euch und damit würde ich dann sagen tschüss und bis nächstes Mal ich hoffe es hat euch gefallen und ähm wenn ja zeigt das mit einer positiven Bewertung und wenn nein könnt ihr natürlich gerne einen Dischlike da lassen aber dann sagt auch warum und ähm bevor ich hier weiter wie rum verständlich ums Feuertanz würde ich sagen tschüss und bis zum nächsten Mal viel Spaß noch mit dem Outro peace'n out euer Pixel oooooh I'm burning ah honey alter dauert es lang ich will schneller sterben hallo ich will wieder aufhören hallo ich will mich einfach verarschen hallo ju lalalala na und wie geht's euch so ist euch auch ein bisschen warm also mir ist ziemlich warm ich weiß da nicht warum aber jo hallo boah das kann doch nicht so schwer sein mich zu verbränden dankeschön ja dankeschön und dann tschüss Outro